Sie sind in der letzten Quest, es ist ein Atari 2600. Bist du ein 6er, Warren? Nein, nein, du musst da raus. Sie spielen Adventure. Adventure? Natürlich. Entwickelt von Warren Robinette. Er war der erste, der ihn wie selbst versteckt hat. Hoff ich nicht! Wir suchen einen Wagen von USPS, Kennzeichen aus Ohio. Ein Drone...